Die Gruppe vor dem Theater ist eine Riesenbereicherung für das Zirka-Festival, weil sie Artistik mit Theater in der Form kombinieren, wie man es sonst eigentlich nie sieht. Es sind hervorragende Akrobaten, die aber auch einen unglaublich mitreißenden Theaterabend konzipiert haben, den es jetzt erstmals Open-Air zu sehen gibt. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich sehr, dass wir eingeladen worden sind, weil es was ganz, ganz Tolles ist, dass Artistik nach Franken auch geholt wird, dass es auch in so einer tollen Kulisse dargeboten werden kann und wir freuen uns, glaube ich, auch ganz besonders, all die anderen Künstler zu sehen und an deren Darbietungen auch teilhaben zu können. Es wird ein schönes Wochenende werden.